Geboren und groß geworden bin ich in der wunderschönen Hafenstadt Hamburg, welche oben in Norddeutschland liegt. Für die, die es vielleicht nicht wissen, doof nochmal, geboren. Ergeben oder ergibt, wie sie es eigentlich, wie das menschliche Auge das differenzieren kann. Also wenn ich draußen unterwegs bin und dann passieren auch solche Dinge.